einen wunderschönen guten tag zusammen wir sind gemeinsam in düsseldorf und zwar sind an diesem wochenende hier die mercury experience days und wir sind schon ganz gespannt was da so losgeht was meinst du passiert da mercury erleben ist die devise und wir schauen uns natürlich um wunderschönen Herzlich Willkommen hier bei Mercury Marine in Düsseldorf zu unserem Mercury Experience Days 2023. Eine super Veranstaltung hier für alles, was das Boatingherz begehrt, für unsere kleinsten Außenbordern bis zu unseren größten Außenbordern V12600PS, alles am Start. Die komplette Palette mit unseren Partnern für alle verschiedenen Bootsanwendungen haben wir dabei. Auch natürlich alles, was das Thema Elektromobilität betrifft, unsere Weltneuheit, Avator, auch am Start. Also daher zur Veranstaltung Mercury. Das ist richtig. Gut so, wir sind in der Reaktion Cups. Oh, wir sind da noch ein bisschen in der Beine. Das ist ja wir. Ich bin der in der Reaktion Cups. Das ist ja das war nicht. Was war eigentlich, dass du das über den Weg wegdrehenst für alle Beine? Was war eigentlich, was ich in der Beine, dann aber auch aus der Reaktion Cаешь. Das war eigentlich so. Wie geht es sich aus. Es war eigentlich auch. Das war eigentlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020